Hey Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Ähm, heute mal wieder mit Philipp. Hi. Und zwar machen wir heute mal 5 Arten von Schachspielern. Let's go. Okay, du fängst an. Ja. Ähm. Den, nee. Hm. Nee. Äh. Verall dich doch mal. Nein, ja ich, ja ich muss prespektive überlegen. Äh. So, nee. Dann morgen. Ich mach glaub ich den, nee. Äh. Ich fang an, okay? Ja. Ähm. Ich, ähm. Ajo. Äh. Wir können das. Schachmatz. Hey. Mist. Verdammt. Verdeck ich noch mal. Verdeck ich noch mal. Verdeck ich noch mal. Fuck. Du kannst das echt gut. Fuck. Aber Mist. Aber hier. König. Oder nee. Hier. Erstmal den, den Turm freilassen. Nicht den. Power. Der hier ist. x mal 7. Die Wurzel von 3 in die 100. Finschung. Ich mach ein. Ja. Ah. Das sind gleich. 3. Ist x mal 10. Gleich. Äh. abcdfg 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 so ein donker fan ok dann dann muss ich den nicht nein das geht auch nicht nope definitiv nein definitiv nein auch das geht nicht was kannst du eigentlich oh Gott wie lange geht die jetzt schon oh Gott 4 Stunden so Leute das was jetzt hier mit dem Video wenn es euch gefallen hat lasst ein Like das war echt lustig lasst ein Abo da schreibt einen Kommentar zu ihm geht es in der Videobeschreibung folgt uns auch auf Instagram ich heiße auch die Namen sind auch mal in der Beschreibung verlinkt ich heiße planos tv-yc und da habe ich gerade eine Instagram Nachricht gekriegt und noch eine und ja Leute bis dann ciao ciao Ciao!